Leute, jüngsten Leaks zufolge soll eine Funktion kommen für das Newcastle-Erbstück. Wann genau das kommt, weiß noch immer keiner so richtig, aber eine Funktion, die sich viele von uns, oder sagen wir mal besser ein Gimmick, was viele von uns schon aus dem COD-Universum kennen, wohl für das Newcastle-Erbstück kommen soll. Sollte dieses Feature kommen, ich möchte euch gleich zeigen, wie es aussehen könnte oder wie wir es aus Call of Duty kennen, sollte das so kommen, wird wahrscheinlich erst einmal der Aufschrei für alle anderen Erbstücke sehr groß sein. Wenn das Newcastle-Erbstück so kommen sollte, ich zeige euch erstmal, wie das Newcastle-Erbstück ungefähr aussehen soll. Laut Leaks ungefähr so soll es sein. Ein mega fettes Schwert, was zu Newcastle als Ritter sowieso allgemein einfach mal passt. Und welche Funktion soll es bekommen? Entweder einen allgemeinen Kill-Tracker, das ist jetzt hier die Kuda aus Black Ops 3, einer meiner Favorite-Waffen überhaupt. Und die hat einen Kill-Tracker ausgerüstet. Ihr seht hier diese 2018. Man konnte, wenn man die, glaube ich, einmal auf Prestige gespielt hat, die Waffen, ich bin mir nicht mal ganz sicher, wie es lief, konntest du die mit einem Kill-Tracker ausrüsten, sodass der die All-Time-Kills mit dieser Waffe zählt und du die in der Hand gehalten die ganze Zeit im Match auch sehen kannst. Was eine geile Funktion ist, ein geiles Gimmick. Nice to have ist nichts, was irgendwie muss, aber irgendwie nice to have wäre. Jetzt wäre meiner Meinung nach der Aufschrei garantiert riesengroß, wenn Newcastle mit diesem Mega-Feature kommt. Das wird dann wahrscheinlich vielleicht ein Erbstück sein, was sich richtig gut verkaufen lässt, nur wegen diesem Gimmick. Aber der Aufschrei, dass alle anderen Erbstücke das dann auch unbedingt haben sollten, erstens verständlich, zweitens kriegst du für dein Geld, was verdammt viel ist, noch ein Gimmick mehr dazu, was sehr, sehr cool ist. Aber wir kennen den Aufschrei schon bei den anderen Mythic-Skins, die alle einen Skydive-Trial bekommen haben. Und die alten Mythic-Skins haben bis heute keinen dazubekommen. Also können wir nur hoffen, wenn das wirklich kommt, dass Respawn endlich hinterher ist und auch alle anderen Mythic-Skins oder auch alle anderen Erbstücke dann mit so einem Kill-Tracker ausstattet. Was noch so ein bisschen in der Luft steht oder in der Schwebe ist, ist es ein allgemeiner Kill-Tracker, wie viele Kills du mit Newcastle gemacht hast. Es kann auch sein, dass es ein allgemeiner Kill-Tracker ist, dann eben nicht allgemein, sondern nur für Nahkampf-Kills, wenn du das Erbstück in der Hand hältst, dass du wahrscheinlich nochmal einen speziellen Erbstück-Finisher oder so bekommst. Das könnte alles sein. Müssen wir mal abwarten. Auf jeden Fall ist das eine Funktion, die ich absolut feiern würde. Schreibt gerne mal in die Kommentare, was ihr denkt über diese Funktion. Vergesst nicht zu abonnieren, wie immer. Würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Lasst einen Kommentar da. Einen Kommentar. Ich sprach verschenken, wie immer, zum Sonntag. Ich wünsche euch noch einen schönen Rest-Sondag. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.